Wir sind ein Traditionsreicher Verband, 130 Jahre alt. Wir sind von den Nazis verboten worden und von der SED. Aus dieser Tradition heraus und weil es auch heute noch unsere Überzeugung ist, gehören wir keiner Partei, auch wenn viele einer nahe stehen. Unsere Mitglieder kommen aus allen demokratischen Parteien und alle demokratischen Parteien sind als Verbündete willkommen, wenn es darum geht, mehr soziale Gerechtigkeit und Solidarität innerhalb unserer Gesellschaft zu organisieren. Die AfD gehört ausdrücklich nicht dazu. Denn die Grenzen liegen dort, wo Politiker gegensätzlicher Ziele, gegensätzlich zu unserem Verband vertreten. Wir wollen nichts zu tun haben mit denen, die hetzen statt argumentieren, die spalten statt zueinander zu führen, mit denen, die offenen Rassismus vertreten, für die die Nazi-Zeit ein Fliegenschiss der Geschichte ist und die in weißen Hemden mit dem braunen Sumpf gemeinsam demonstrieren, um ihn langsam wieder hochfähig zu machen. Denen sagen wir, mit unserem Widerstand könnt ihr rechnen. Wir haben uns dazu in einem Zeitpunkt ertragen, um heute wegzusehen. Wenn ihr unsere solidarische Gesellschaft zerstört, wenn ihr die Ängste und Sorgen von Menschen missbraucht, um uns langsam wieder in die Vergangenheit zu führen. Rollstädter 15 16 Vielen Dank.